Hallo Servus, ich bin der Leo Hellinger Junior. Darf euch heute die zwei Weine des Monats vorstellen. Da haben wir eine kleine Aktion drauf. Jetzt erstmal zu den zwei Weinen. Wir haben da den neuen 23er Jahrgang Angel White mit rein Sauvignon Blanc. Wirklich ganz schön frisch-fruchtig. Es ist wirklich eine schöne Stachelbeerenote dabei. Es ist wirklich einfach schön frisch-fruchtig. Es ist leicht zum trinken. Also wenn es ein Sommertag lang ist draußen, wenn es ein bisschen wärmer ist, da könnt ihr es aufmachen. Das macht direkt Spaß. Dann haben wir da den Rosé mit eigentlich großteils Pinenaar. Ein ganz glitzig klein Teil. Da haben wir dann einen Blaufrengisch drin. Der geht wirklich in eine schöne Bärenrichtung. Wenn man ein bisschen einrichtet, wenn man vielleicht von früher kennt, die Eisbergzuckerl, die Gletschereiszuckerl. Da hat er auch so ein bisschen die Aromatik davon. Wirklich etwas ganz Spezielles. Hat er wirklich eine wunderschöne Farbe auch dazu bekommen. Und wenn ihr eine Flasche Angel bestellt, kriegt ihr dazu unseren Hill Natural Wine gratis dazu, wenn ihr eine Flasche kauft. Und das ist auch wirklich etwas ganz Besonderes. Das ist ein Natural Wine. Da sind fünf verschiedene Sorten drin, von fünf verschiedenen Jahrgängen. Das geht ein bisschen in die Kräuterrichtung. Am Gaumen hat man ein bisschen Oliven dabei. Aber es ist wirklich zum Beispiel zum Aperitif oder zum Anregen vom Geschmack, wenn man jetzt mal was essen will. Es ist wirklich super davor zum Trinken. Also ja, da wünsche ich ganz viel Spaß damit. Euer Leo Hielinger Jr. Servus.